In Zeiten von Corona rücken Hygienemaßnahmen immer mehr in den Fokus. Der Wunsch nach Sauberkeit steigt. Bereits seit 1927 lebt Meiko die Vision, die Welt sauberer zu machen. Gegründet von Oskar Meier und Franz Konrad in einer kleinen Hinterhofgarage am Fuße des Schwarzwaldes, entstehen hier in Offenburg mittlerweile für den gesamten Globus professionelle Lösungen zum spülen, reinigen und desinfizieren. Meiko ist ein 93 Jahre junges Unternehmen, das sich im Besitz einer Stiftung befindet und das seine Mission lebt. The Clean Solution. Eine Broschüre aus den 1930er Jahren zeigt Hygiene ist Gesetz. Warum hat dieses Gesetz in der jüngsten Vergangenheit an Wichtigkeit gewonnen? Zunächst einmal muss man sagen, dass Hygiene der eigentliche Grund ist, warum es Meiko gibt, warum wir unsere Daseinsberechtigung haben. Hygiene ist key. Als der Oskar Meier seine ersten Maschinen entwickelt hat, war Hygiene für ihn der entscheidende Faktor. Heute ist die Situation natürlich kritischer geworden. Wir haben nicht mehr zweieinhalb Milliarden Menschen auf dem Planeten, sondern acht. Das heißt, wir leben in Megacities. Wir haben Pandemie gefahren, merken wir gerade heute, die es früher so nicht gab. All das zwingt zu einer erhöhten Hygiene. Hygiene ist eigentlich die einzige Waffe, die wir haben, um gegen diese Bedrohung anzugehen. Unser Ziel ist, dass der Kunde, der sich für eine Micro-Maschine entscheidet, sich für die beste Lösung für ihn selbst entscheidet. Und das bedeutet, dass unsere Maschinen vollständig die hohen Ansprüche der Kunden erfüllen sollen. Das heißt, das Produkt muss im Prinzip tun, was es verspricht. Wichtig sind die Parameter Reinigungs- und Hygieneergebnisse natürlich, aber in dem Fall auch ganz besonders Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit. Und welche Rolle spielt der Service bei Spülgeräten? Meiko-Geräte werden üblicherweise eingesetzt in Gebieten mit extrem hohen Anforderungen. Diese Geräte werden ganz stark belastet durch Temperatur, Chemie, auch entsprechende Mechanik. Und das bedeutet, dass, wenn in diesem Umfeld die Maschinen zuverlässig und dauerhaft funktionieren sollen, dass es dann einen allzeit verfügbaren, hochqualifizierten Service benötigt. Deswegen betreibt Meiko ein entsprechendes Service-Netzwerk, in dem weltweit verfügbar, hochqualifizierte Servicetechniker diese Tätigkeiten durchführen. Wir kennen natürlich unsere Zielgruppen und wir haben natürlich sehr viele verschiedene, unterschiedliche Zielgruppen. Sie finden uns also in der klassischen Gastronomie, im Restaurant, im Hotel, sie finden uns im Krankenhaus. Also überall dort eben, wo gespült wird, wo gereicht wird, da finden sie Meiko. Es ist so, dass sich diese Zielgruppen natürlich verändern. Sie sind in sich dynamisch, aber es gibt, sage ich mal, übergreifende Trends, die zielgruppenunabhängig sind. Ich nenne hier mal die Digitalisierung, die Industrie 4.0, die zunehmende Vernetzung der Küche und damit auch des Spielbereiches. Aber auch, sagen wir mal, der Trend zu nachhaltigen Lösungen insgesamt. Wir wissen, dass die Umwelt geschützt werden muss. Wir müssen Maßnahmen ergreifen, damit wir unsere Umwelt nicht weiter zerstören. Wenn wir Hygiene erzeugen wollen, dann müssen wir das unter verantwortlichem Einsatz von Ressourcen machen. Möglichst wenig Energie, möglichst wenig Wasser, möglichst wenig Chemie, aber genau so viel, dass wir eine hervorragende Hygiene haben. Also Umweltbewusstsein. Dann haben wir, meines Erachtens auch ganz wichtig, ein soziales Bewusstsein. Wir als große Firma in Offenburg, aber auch weltweit, wir haben eine soziale Verantwortung für unsere Gesellschaft, in der wir leben, in der wir arbeiten. Wir wissen, dass eine ausbalancierte Gesellschaft die ist, in der wir gerne leben. Beate Friedrich, wir sind hier in Offenburg, nur einer von vielen Standorten in der ganzen Welt. Wie viele Standorte gibt es von Meiko und wie viele Mitarbeiter beschäftigen Sie dabei? Wir haben insgesamt 26 Standorte weltweit und arbeiten, tun dort insgesamt ca. 2600 Leute, davon über 800 im Ausland und der andere Teil eben hier in Deutschland. Und welche Personalstrategie verfolgen Sie dabei? Wir haben als Grundsatz einen sehr fairen Umgang mit den Mitarbeitern, weil wir sie sehr schätzen und ihren Wert kennen. Und das ist auch diese Strategie, Mitarbeiter an uns zu binden, sie langfristig an uns zu binden, das Wissen, dass sie sich in der Zeit erarbeiten, bei uns halten zu können und gemeinsam damit Erfolg generieren zu können. Über unsere Meiko Academy versuchen wir Standard in der Beratungsqualität sehr, sehr hoch zu halten. Das heißt, jeder Berater bei Meiko weltweit, egal ob in Deutschland oder in Mexiko oder in Australien, muss jedes Jahr eine bestimmte Anzahl von Schulungen, von Weiterbildung, von Fortbildung absolvieren, einfach um sicherzustellen, dass er in seiner Funktion letztendlich immer besser wird. Unsere Hauptzielgröße ist, dass wir eine Vision haben, dass wir ein Zielkorridor haben. Wir wollen generell mal die besten Produkte haben. Wir wollen die Produkte haben, die die höchste Hygiene sicherstellen. Und dafür forschen wir, dafür entwickeln wir. Wir denken in fünf, in zehn Jahren, wir denken in Dekaden. Wir sagen, wir wollen eine Position langfristig ausbauen. Wir wollen langfristig hervorragende Produkte herstellen. Auch wenn wir dazu fünf Jahre entwickeln müssen. Wir dürfen nie vergessen, Kaufen ist auch immer eine Entscheidung, eine Zusammenarbeit mit einer Firma ist immer eine auch-Gefühlsentscheidung. Und diese Gefühlsentscheidung, mit der muss man sich wohlfühlen. Und hat man ein honoriges Unternehmen, ein Unternehmen, was für die Menschen entwickelt, was eine langfristige Partnerschaft anstrebt und auch umsetzt, und auch die finanziellen Ressourcen hat, das umsetzen zu können, dann fühlt man sich gut. Genere. 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 Vielen Dank.